Brenn- und Baustoffe liefert seit über 50 Jahren die Firma Wilhelm Schmitz, Rheinbach, Achenerstraße 31 hinter dem Bahnübergang. Mit einer Verkaufs- und Ausstellungsfläche von 2500 Quadratmetern gehören wir zu den führenden Baustoffhändlern in Rheinbach und Umgebung. Ja, können Sie. Können Sie zum Herrn Keller gehen? Der kann Ihnen da weiterhelfen. Fachgerechte Beratung und stets freundliche Bedienung sind neben qualitativ guter und terminlich zuverlässiger Belieferung für uns selbstverständlich. Das Sortiment wird ständig den neuesten Entwicklungen im Baustoffhandel angepasst. Eine breite Palette von Fenstern und Türen, speziell für den Innenausbau und die Altbausanierung, gehören zu unserem Lieferprogramm. Ob offene Kamine, Holzvertäfelung, Kacheln oder nachträgliche Wärmedämmung, unsere Fachberater finden auch für Ihr Problem eine Lösung. Lassen Sie sich beraten und besichtigen Sie unsere Ausstellungsräume in der Aachener Straße 31. Aufmaß und Montage wird durch Fachpersonal vorgenommen. Sondermaße stellen uns vor kein Problem. Gut, Herr Leser, dann kann ich Ihnen ein Mahagoni-Fenster anbieten. Als Alternative für Sie mein Kunststofffenster oder ein Aluminiumfenster. Aber Sie haben sicherlich schon Ihre eigene Vorstellung gemacht, was Sie nehmen. Ich nehme an Holz. Ja, Holz und Sprossen. Holz mit Sprossenfenster. Das ist in Ordnung. Dann brauchen wir das Fenster jetzt nicht mehr. Nein. Ja, gut. Schönen Dank. Soll ich Ihnen das mit Montage anbieten oder ohne Montage? Sauber und rationell wird Palettenware mit modernem Gerät verladen, damit die Ware unversehrt beim Kunden ankommt. Auch sperrige Güter wie ein Garagentor und empfindliche Waren wie Fenster und Türen werden von uns schonend zur Baustelle transportiert. In Baustoffen liefern wir traditionell seit vielen Jahren Brennstoffe. Hierzu gehören neben Brikett, Kohlen und Koks auch Heizöl und Flüssiggas. Sie können feste Brennstoffe entweder hier selbst am Lager abholen oder Sie sich aber auch durch unsere freundlichen Auslieferungsfahrer die Lieferung bis in den Keller bringen lassen. Heizöl kaufen ist Vertrauenssache. Wir beliefern seit vielen Jahren unsere Kunden mit Spitzenprodukten deutscher Raffinerien nach DIN-Norm. Für Baustoffe und Brennstoffe eine gute Adresse. Wilhelm Schmitz in Rheinbach, Aachener Straße 31, direkt hinter dem Bahnübergang. Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume oder rufen Sie einfach an. Untertitelung des ZDF, 2020 www.brikett.de 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 www.rikett.de 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 Vielen Dank.